Schlaggie sagte, Himmel-Potze. Ich stehst oben drauf. Ich? Okay, ich bin unter dir, ich bin genau unter dir. Hä, was war das gerade? Alter, ich hab den durch die Wand gesehen. Lol, hast du den? Jo, what the fuck, Alter, ich hab... Der ist da hinter dem Container. Hier ist der. Der Flash. Ja, warte. Der ist volle Kanne des Hasses geflasht, Alter. Wenn der nicht geflasht ist hier, der läuft gegen die Wand. Töte den hier. Spray legt den Arschloch. Wenn das nicht gezählt hat, ich stand so vor ihm. Der hat so'n Feuerball in die Fresse. So'n große Feuerball, Jumel! Halt's mal, der Exos ist zu. Jo. Meister. Ist jetzt halt für den Scheiße. Ich hab den mal am Anfang im Sanitarraum getötet. Und ich hab ihn nicht gecheckt. Ne. Alter. 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 Ich hab hier schon was drunter gehört. Ja, da hat sich einer droppen lassen. Draußen droppen! Ja. 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 Ich hab ihn gelockt. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Ja. 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 Ich wickel, ich wickel, ich wickel, ich wickel. Ich bin in der Hütte. Alter. Was war das? Hä? Was? Ich steh hier neben dem Scaf, der ist voll am Schnaufen. Der schießt aber nicht auf mich. Und ich so, ey, wickelt mal alle. Ganz gemütlich, weißt? Da steht aber direkt neben mir, Alter. Der macht einfach nix als Scaf ihn juckt, nicht? Mach mal edX, for free. Mach mal edX, for free. Ist das ernst? Alter. Holy shit. Ist das provoziert oder noch ne Grafikkarte to go? Tja. Holy fucking shit. Musik Musik